Ich interessiere mich für Normen, die in einem politischen Kontext entstanden sind und für die sozialen Bedingungen von politischen Verfahren, die Normen erzeugen. Das Faszinieren der Normen ist ja, dass sie auch dann noch gelten, wenn sie gebrochen werden. Und das ist ein sehr anspruchsvoller, schwer zu verstehender sozialer Mechanismus. Es gibt einfach teilweise wirklich Rechtsprobleme. Da geht es dann wirklich darum, dass wir mit einem Sachverhalt konfrontiert werden und überlegen, wie können wir den mit der vorhandenen juristischen Begrifflichkeit rekonstruieren, was ist rechtlich, was ist nicht möglich. Und es gibt eher eine vergleichende Perspektive, in der man sich nochmal verschiedene Lösungen in verschiedenen Rechtsordnungen anguckt. Und dann braucht man dazu aber schon eigentlich immer theoretischen Rahmen. Also es geht dann doch auch sehr darum, Theorie-Building zu betreiben. Business